Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir haben hier noch im Wasserschrein, Meeresschrein Schluss gemacht. Und zwar müssen wir... Hm. So. Ja. Weiß ich's noch? Nichts passiert. Irgendwie so war's aber. Irgendwie so war's. Ich weiß. Das glaube ich, oder? Ja, doch. Ja, jetzt weiß ich's jetzt. Moment. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ja gut, das hat er angenommen, ne? Und zwar hätten wir uns jetzt hier die Statuen wieder angucken müssen, aber ich hab's jetzt noch so geschafft, weil ich wollte einfach ein bisschen Zeit sparen. Wir werden uns hier nochmal im Schrein umschauen. Scheint nicht hier zu sein. Zieh mal legen, was ist das denn? Lass uns das mal angucken. Guck mal denn hier. Ich bin der Papazier bei meinen fliegenden Freunden. Spul. Das ist jetzt alles, was ich heute nach Papazier gehen und Spul dort suchen. Das ist bescheiden. So. Ich bin guter Fäden, deshalb schaue ich jetzt nochmal mich ein bisschen um. Ich glaube, es war nochmal der ein oder andere Schatz drüber versteckelt. Aber dann habt ihr zwar schon die Dösung gesehen. So, Freunde, das gibt Ärger. Oh, du. Genug gespuckt hier. Gut, so viel zu daher. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hinten auf die? Oh, oh Gott. Oh Gott. Kumpel, kumpel, kumpel. Okay, auf die Insel, da kommen wir noch gar nicht. Kommen wir erst einen anderen, äh, später hin. Da soll aber dann bitte auch irgendwas drauf sein, weil sonst würde ich das nicht schon wieder machen. So. Oben gucken wir jetzt erstmal gar nicht um, denn hier geht es vielleicht mal schnell zurückgehen. Und zwar ist hier ein Schalter, bei dem wir hier eine Verbindung machen können. Das heißt, wir müssen nicht immer durch diese blöde Höhle von eben gehen, vom letzten Part. Sondern wir können einfach hier gechillt immer hin und her laufen. Entschuldige mich auch, falls meine Stimme ein bisschen komisch klingt, ich bin erkältet, ich bin aber auch nicht gesund und ich muss ja irgendwann meine Scheiße aufnehmen, weil ich hab eh viel zu wenig, mein Upload ist halt scheiße. Ich kann auch immer noch abends uploaden wegen der Arbeit, weil ich hab aktuell Strikes, das heißt, ich kann diese geplant, das geplant Feature nicht nutzen, dementsprechend kann ich nur abends uploaden. Das ist ein bisschen bescheiden. Weil ich da immer erst Zeit hab, die Videos letztendlich auch auf YouTube fertig zu machen. Ich hab extreme Zeitprobleme. Und dann bin ich nur ständig krank, weil es irgendwie auch so kalt ist und dann ist irgendwas mit der Familie. Es tut mir leid. Aber wir kriegen das hin und machen Zwicklechecks fertig. Nun haben wir schon mal, na gut, so das dritte fertige Let's Play. Das ist echt ein bisschen traurig. Weil man denkt, wie lange ich das jetzt schon mache, aber dass das dritte ist, aber gut. Von jetzt an soll alles besser werden. Irgendwann muss es dann mal wieder besser werden. So, hallo Herr Oktopus. Ich möchte ein paar Rubine von dir haben. Verarsch mich nicht. So, naja gut, immerhin. Jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Ist er der fliegende Freund da? Vögel, irgendwas mit Vögel. Irgendwas mit Vögel muss er, muss er meinen. Soll wir den hier am besten anfangen. Sieh mal Link, da drüben. Könnte das vielleicht, könnte das vielleicht spul sein? Sieht aus wie ein Okomo, ne? Spul, Spul! Er scheint uns nicht zu hören. Vielleicht sollten wir die Dorfbomona fragen. Ne, müssen wir nicht. Denn, äh. Oder was das Schatz superlid? Oder was das Schatz superlid? Ist mir leid. Da, 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 da. Lila, was noch? Lila, gelb, lila. Das Vogelruferlied, wie es hieß. Und ich war gerade dabei, mich zu entspannen. Der Vogelruf. Er hat die Kraft, die Bewohner des Himmels herbeizurufen. Vogelruflied lernt. Und er hat mich am Meergeschein gesucht und dabei war ich hier. Was machst du denn, Spul? Wir haben dich doch gerufen. Es gibt keinen Grund, sich derart aufzuregen. Ich habe meinen fliegenden Freunden gelauscht. Die fliegenden Freunden? Ach ja, die Vögel hier. Das ist schön. Aber wir haben es wirklich eilig. Ja, ja, ich weiß. Ihr wollt die Schienen wieder herstellen, richtig? Ich hätte mich gerne noch etwas hier ausgeholt, aber sei es drum. Bringt mich zu meinen Schreien, ja? Jawohl. Danke, ich steige schon mal ein. Wir dürfen immerhin keine Zeit verlieren, ne? Wer weiß, was Glaze und Delok in der Zeit machen, werden wir uns hier aufhalten. So, Spul sitzt schon im Zuge, ja? Er war darauf, dass wir losfahren. Bringen wir ihn zum Schreien. Jawohl. Na, wenn das mal ich in die Hose geht. Ähm, Hust, Hust. So, lass mich zeichnen. Ja, gut, ein bisschen Edo. Ne, geht Edo geradeaus, von daher ist egal. Und vorwärts. Piraten. Oh, die nährt sich aber ganz schön schnell. Ui, 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 Piraten, wir müssen, äh, Spul beschützen. Also, jetzt sind wir in, in unserem Waggon. Ah, Piraten. Die wollen mich mitnehmen. Ihr müsst mich beschützen, Link. Einfach hier weghauen. Wir sehen oben auf der Karte, die rauskommen. Von den Fenstern. Hier kommt der nächste. Der haben aber auch schon mit einem Schlag wieder rausgehauen. Ich glaube, jetzt sind wir mal ganz hinten, oder? Die dürfen Spulen nicht zu nahe kommen. Ui. Räuchte ich, Leute, alles wird gut. Umgezogen. Hier, böse Piraten. Aufhören. Lass das ja nicht. Der wollte schon sein Käfig werfen, ey. Ungezogen. Aufhören hier. So. Oh, das hört sich noch was großen an. Das muss wieder Boss sein. Jupp. Das ist der Anführer der Piraten. Und der ist ziemlich zäh. Ja, das macht am besten auf. Ausweichen. Und das sind, er darf auf keinen Fall, äh, zu schwul. Ja. Und das darf auch nicht passieren, weil wir da hier. Kurzzeitig bewusstlos werden. Und das kann auch sein. Ja, 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 ja. Dass dazwischen dann erklärtere Piraten kommen. Nein, ich will eigentlich... Ja, genau. Das schlägt der Bischof zweimal ab. Ja, genau. Das schlägt der Bischof zweimal ab. die bau kommen wir drauf hier war aufgebracht da ist er da und sehr gut du hast mich gerettet link danke fahr mir schnell zum schreien weiter geht's aber schon zu früh gemacht wahrscheinlich Das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, du. Na, endlich wieder daheim. Der Weg fühlt sich jetzt etwas länger an als sonst. Aber dann wurden wir ja auch nur von Piraten überfallen, also ich sollte besser aufpassen, ne? Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Da ist... das ist ja... das ist ja... hast du das schon mal gesehen, Link? Das ist ein Forstkristall. Forstkristalle entstehen, wenn du das Herz eines Menschen voller Dank ist. Das Herz fließt über vor Dankbarkeit und diese Dankbarkeit nimmt diese Form an. Dieses Land, die Schienen der Götter, alles entstanden aus diesen Kristallen. Jeder trägt die Kraft von Forstkristallen im Herzen. Ich mag etwas barsch sein, aber ich bin oft dankbar. Ja, hier nimm diesen Kristall. Genau, und damit können wir zusätzlich Schienen machen. Da unten. Juhu! Das ist cooles Zeug. Dann stecken sie mal wieder bei mir, ja. So. Ja, das werden wir auch bei Nebenquests auf das jetzt bekommen, ab sofort. Okay. Dann geben wir mal hier die neue von uns geschaffene Abkürzung. Wir müssen immer noch das Lied der Erneuerung spielen, ne? Na gut. Gucken wir mal. Nochmal danke fürs Mitnehmen von vorhin, Link, ja. Ich bin also Spulbeschützer dieser Meeresküste. Du willst die Schienen wiederherstellen? Hm, also wenn du hast... Du hast einen ganzen Weg hierher gemacht, ne? Also helfe ich dir gern. Aber um die Schienen wiederherzustellen, müssen wir zusammenarbeiten. Du hast schon vom Lied der Erneuerung gehört, oder? Klar. Wie du weißt, wird das uns in beiden Parts ein einziges Lied. Zuerst bringe ich dir also dein Part bei. Hör gut zu, ne? Okay, wie gesagt, ich mache mich jetzt wieder stumm, ne? Wir sehen uns gleich. 2000 Jahre später. Frörika Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020